Hallo zusammen, papierbasierte TSDAF-Prüfungsteil Lesen. Heute besprechen wir den zweiten Aufgabentyp, eine Multiple-Choice-Aufgabe. Hier müssen wir bestimmen, welche Option A, B oder C besser mit dem Inhalt des Textes übereinstimmt. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt gewählt und auch zwei Fragen dazu. Wir lesen zusammen diesen Text und dann analysieren wir die Items und wählen wir die passende Antwort. Der Traum eines jeden Studenten, kurz vor der Prüfung eine Pille schlucken und schon ist die Höchstpunktzahl in der Klausur garantiert. Ganz so einfach ist es zwar noch nicht, aber Pillen, die ein besseres Gedächtnis und eine erhöhte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit in Stress haben, wie Prüfungenversprechen, werden schon lange von der Pharmaindustrie angeboten. Die Einnahmeleistungssteigen der Substanzen ist längst nicht mehr auf den Bereich der körperlichen Fitness beschränkt. Vor allem in den USA greifen auch Schüler und Studierende zu Pillen, um in Ausbildung und Beruf voranzukommen. Es wird befürchtet, dass dieser Trend auch auf Deutschland übergreift, weil auch hier der Kampf um gute Noten und die Konkurrenz um Arbeits- und Ausbildungsplätze härter wird. Das war der Text. Verständlich, das Thema ist vertraut, nichts Unbekanntes, keine Physik, keine klimabezogenen Themen, aber das ist mehr oder weniger verständlich. Checken wir, ob auch die Fragen so verständlich sind. Substanzen, die die Leistung steigern A. Vermindern den Stress B. Verbessern Prüfungsergebnisse Und C. Gibt es auch für intellektuelle Aufgaben Suchen wir nach Schlüsselwörtern die Pillen, die ein besseres Gedächtnis, erhöhte Konzentration, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit in Stresssituationen, wie Prüfungen versprechen Schon lange Pharmaindustrie angeboten Ja, und, und, und Was noch? Höchstpunktzahl In der Klausur garantiert Ja, es scheint hier, dass B passend wäre Aber weiter haben wir den nächsten Satz Ganz so einfach ist es zwar noch nicht Hier steht Kurz vor der Prüfung eine Pille schlucken und schon ist die Höchstpunktzahl in der Klausur garantiert Nein, leider ist es nicht so Also wir können die Option B sofort ausschließen Automatisch können diese Substanzen die Prüfungsergebnisse nicht verbessern Aber sie können die Leistung steigern Können sie den Stress vermindern? Antwort A scheint auch logisch zu sein Vermindern den Stress Okay, und hier steht Leistungsfähigkeit in Stresssituationen wie Prüfungen versprechen Okay, diese Substanzen können Leistungsfähigkeit in Stresssituationen versprechen Aber ob sie Stress vermindern können? Keine Informationen Deswegen können wir A auch ausschließen Nun finden wir die Bestätigung für die Antwort C Substanzen, die die Leistung steigern gibt es auch für intellektuelle Aufgaben Weiter folgt die Bestätigung Die Einnahme leistungssteigernder Substanzen ist längst nicht mehr auf den Bereich der körperlichen Fitness beschränkt Also nicht nur für die Steigerung für die Steigerung der körperlichen Fitness also auch für intellektuelle Aufgaben zum Beispiel während der Prüfungen Option C scheint hier plausibel zu sein wählen wir Kommen wir zum zweiten Item Ein Motiv für die Einnahme leistungssteigernder Substanzen besteht darin Also Motiv, Ursache, Grund Das ist alles hier passend Warum eigentlich? Warum werden diese Substanzen eingenommen? Die Angst in Ausbildung und Beruf zu bekämpfen Das ist A B Im Beruf erfolgreich zu sein und C Mit dem höheren Leistungsdruck fertig zu werden Ja, hier hatten wir einige Schlüsselwörter Ausbildung und Beruf voranzukommen Das sind die Schlüsselwörter Und hier steht also Angst bekämpfen Hier geht es nicht um Angst Hier geht es um dieses Wort hier voranzukommen Also irgendwie die Konkurrenz bekämpfen Als erste in diesem Bereich werden Ausbildung und Beruf voranzukommen Erfolge erzielen Im Beruf erfolgreich zu sein Ja, das können wir schon markieren Und mit dem höheren Leistungsdruck fertig zu werden Also Motiv Was ist die Motivation eigentlich für die Einnahme leistungssteigernde Substanzen? Worin besteht diese Motivation? Weiter noch ein bisschen Es wird befürchtet, dass dieser Trend auch auf Deutschland übergreift Weil auch hier der Kampf um gute Noten Und die Konkurrenz um Arbeits- und Ausbildungsplätze härter wird Ja, tatsächlich also Kampf, Konkurrenz, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze härter wird Angst wird hier nicht besprochen Kampf, Konkurrenz werden hier besprochen Angst in Ausbildung und Beruf Nein, wir können diese Option ausschließen Passt nicht Im Beruf erfolgreich zu sein Voranzukommen Das ist eigentlich synonymisch hier Und C Mit dem höheren Leistungsdruck fertig zu werden Hier haben wir keine Informationen über den Leistungsdruck auf der Arbeit Oder auch in der Ausbildung keine Informationen dazu Wir streichen aus und dann bleiben wir bei dieser Option Checken wir noch einmal, ob das auch im Text steht Ein Motiv für die Einnahmeleistung steigender Substanzen besteht darin Im Beruf erfolgreich zu sein Vor allem, also das ist die Ursache Greifen auch Schüler und Studierende zu Pillen Um voranzukommen Das ist das Ziel Also warum nehmen sie diese Substanzen? Um in Ausbildung und Beruf voranzukommen Okay, Ausbildung steht hier nicht Aber Beruf steht hier Und Ausbildung, das ist auch etwas Praktisches So können wir das auch verallgemeinern und diese Option auswählen Erste, erstes Item, also C Gibt es auch für intellektuelle Aufgaben Und die Situation in den USA bestätigt das auch Die Schüler und Studierende Und die Studierenden greifen auch zu Pillen Um im Beruf erfolgreich zu sein Das war also unsere kurze Analyse von diesem Abschnitt Und von diesen zwei Items Hoffentlich haben sie für sich was Hilfreiches entnommen Falls Sie weitere Informationen brauchen Oder weitere Modelltests Oder irgendwelche Tipps und Hinweise Für die Vorbereitung auf die kommende Prüfung Dann können Sie auch die Informationen Auf meinem Telegram-Kanal checken Alle Links sind in der Videobeschreibung unten Hiermit verbleibe ich mit den freundlichen Grüßen Wir sehen uns in den nächsten Videos Bis dann, Tschüss Bis dann, Tschüss